Willkommen zu spartun. Heute spielen wir den Knoroller. Und jetzt weil wir gerade auf der Match hin. Dann kommt schon mal an die Community, die mir gesagt hat, dass man mit dem Undercover nicht. Das ist das Klassische, wo ich lassen die beide anderen Rollen hat. Grüße geht raus an die Community. Grüße geht raus an diesen Typen. Ja, genau. Und die Fliegerunde. Ja, ich bin nicht mehr. Hm, 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 nee, ich verstehe das nicht. Das ist ja vielleicht. Schaut euch mal die letzte Folge an. Ob ich ja einen Kampf gespielt. Aber ich auch. Naja, da komme ich gerade von dieser Aufnahme und vielleicht ein bisschen, wie ich da jetzt drauf bin. Das geht nichts. Das war halt nur in der letzten Folge. Ich habe gekillt. Und ja, wenn man die Server kennt, die sind ja nicht existent. Das sind irgendwelche Plastik-Server aus der letzten Ecke. Ich habe fünf Kids, würde ich nennen. Naja, was heißt fünf Kids? Ich habe auf jeden Fall mal drei Kids, die mir nicht anerkannt worden sind. Aber okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Ja, okay. Ich will mich ja nicht beschweren. Ja, okay. Ich will mich ja nicht zu retten. это если кто-if macht'm- Das heißt, es ist schon ein paar Bäume und dir ist nicht zu retten. Ich will mich ja nicht. Das ist schon ein paar Bausteine. Okay. Es läuft. Es läuft bei ihm. Komm weg hier. No. Ist der Kalligraf? Der macht nicht mein Sinn. Ich will mit meinem Nerven. Okay. Sohle. Weiter geht's. Ich hab das letzte Mal zur Ausbildung. Wie gesagt, dass wir gewonnen haben. Es geht das auch. Oh Gott. Was denn? Ja. Aber ich möchte es. Ich glaube es. So. Das Team passt mir nicht ganz. Können wir kurz dich in einen Roller tauschen. Und wir werden in die Rollerteam werden. Vielleicht geht es ja in der nächsten Runde. Vielleicht. Vielleicht. Da kann ich euch aber nichts versprechen. Ich wünsche es mir so sehr. Noch ein bisschen Zünder aufladen. Und auf geht's. Ja. Komm schon. Roll weiter. Jawoll. Ja. Okay. Immerhin haben wir jemanden hier tauschen. Komm her. Jawoll. Okay. 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 Ich glaube, dass sie... Es ist mir normal. Mhm. Sooo, jetzt kommen wir weiter. Machen wir mal weiter, um versuchen, sich in der Fahrt um zu fahren. Und schön. Und so ist Hades. Aber du hast mich auch. Durch Emperic Lextopla in die Weg. Okay. Mal gucken noch, sind hier in Führung. Hier können wir ein bisschen filmen. Ja, auf die Fläche. Und... Oh, jetzt kommen die Ego. Hallo, Mensch, hallo. Grüß. Hallo? Ja, ich hab's noch draw. Ist ja gut. Okay, ich kann's dort. Ja... Ich muss da mal weg machen. Okay... Habe ich.... einem zwei, den krieg ich auch. Zwei sind noch dort. Komm! Oder kriegst du auch nicht? Nein! Nur weil es ist klar, ob er rollt hat. Es ist entlockend. 545 Punkte. Okay. Ja, gut. Eins, zwei, drei, drei Kämpfe noch. Drei Kämpfe insgesamt, das heißt... Noch einen Tag! Das ist ein Tag. Der ist ein Tag. Das ist gut. Ja, das ist gut. Okay. Okay, das ist meine Rolle. Wir kommen mit meiner Rolle raus. Jetzt ist ihr gefärbt. Mhm. Komm. Komm schon. Hä? Sehr, hä? Jetzt hoch! Ich fahne mich, der will kommen. Ich fahne mich nochmal... ... Es gab doch einen Update, oder? Ja, merk ich. Wir sind die gleichen Säuber wie vor... Wie vor zwei Minuten? Ne, wie am Anfang von dieser Test-Feier-Ding. Aber okay. Ich will mich nicht beschwören. Ich will mich nicht beschwören. Es gibt das ja, aber... Sie sind dann doch... Hier, oder? Ich will mich nicht beschwören. Hier müssen wir längst wegsehen. Ja, so. Hier müssen wir schon längst wegsehen. Warte mal, wieviel macht er? Ja? Wieso will man das nicht hinbekommen? Warte mal, wieviel macht er? Warte mal, wieviel macht er? Wieso will man das nicht hinbekommen? Ich will das nicht hinbekommen. Ich will das nicht hinbekommen. Aber das steht noch nie so lange raus. Ja, das ist auch. Ich komme noch nicht an den Schotten. Mal gucken. Okay Okay, dann haben wir das hier runter Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder dabei Splatoon Zwei Tschüss